Generator zerstört. Ich wollte nachladen, damit ich jetzt zum Flugzeug und dann rennt mein Panzer da einfach noch weiter weg. Aber mein Flieger lebt noch. Noch lebt er. Könntest du einfach wieder einsammeln. Schnell! Wo ist mein Flieger? Wo ist mein Flieger? Toll. Wo ist mein Flieger? Den krieg ich auch nicht mehr angezeigt. Ist der kaputt? Kann ich nicht sehen. Ach, ist doch nicht scheiße. Ist doch scheiße. SKE zerstört. Schnell! Das ist nicht mehr. Ich rein. Ich bin jetzt noch ein Problem. Ja. Ich bin jetzt zuerst. Ich bin jetzt zuerst. Soll, danke. Ist ja nett. Möchte ich mal lachen? Er hat einen Panzer vor die Tür gestellt. Ich bin eingestiegen, ist meiner. Soll. Wie ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Er hat den freigegeben für alle. Und ich schwein, klau den gerade. Billiger Panzer, nur 24. Schuss. Komm her zu mir, aufhören. Ja, ich komme. Wo bist du denn? Mittendrin, statt nur dabei mittlerweile. Mein Deployen habe ich weggemacht. Das Panzer steht da rum. Ist jetzt nur ein Schuss in die Prärie? Ja. Da. ich komme der dir hört ihr darauf hinter den ballern Ich hab auch noch gleich so einen großen hast du bekommen. Ja, McRider. Oh, hoppla. Alles zu sehen. Ich dachte, das wäre ein Fein. Entschuldigung, ehrlich. Ich hab keinen Namen angezeigt bekommen. Scheiße, ich will vergessen. Ja, McRider. Da draußen was. Nö. Die müssen jetzt uns, würde ich sagen. Rex Zielen. Ja, ich bin ja schon dabei. Da. Zack. Du kannst schon mal in die Richtung fahren. Ein paar Meter. Hier am Rand lang, genau. Da, der S startet auch schon. Bist du dahinter? Ja, ich bin... Du kannst sicher sehen, dass der Typ auch noch reicher ist. Zack, siehst du? Diese Einrichtung gehört jetzt der V.S. Ey, Schubsi oben. Ich schubs gar nichts. Ich kenn das mit dem Schubsi. Überholt. Überholt. Was ist hier da überholt? Ja, ich bin ja schon ruhig. Generator repariert. Generator repariert. Generator repariert. 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 Oh, das wurde gerade eben repariert. Er war zurück. Oh, der ist ja... Die ist ja nicht mehr. Aber wie lässt du nicht? Was ist das? Das ist ja was. Wo schießen die denn? Achtung, in der Nähe befindet sich an der Schädelgegnerischen Einheit. Pömpf. So'n Sau. Ich hab' ich doch gesehen. Kleine Schweinchen. Ich hab' ich auch gesehen. Was ist hier rein? Kommt einer hoch. Schlizerine Rüsse. Über meinem Panzer. Vor meinem... Hier ist nix los. Vor meinem... Na, wie heißt das große Ding? Schuze. Guck mal gleich hin. Wo ist denn? Oh! Oh, ich dachte schon, er überfährt nicht jetzt. Nein, das bin ich. Ich überfahre ich nicht. Ja. Wer mach' ich ja sonst auch nicht. Was? Ne, ne. Dann ist ja gut. Malerweise müsste ich jetzt irgendwie den Schnitt machen und fünf Zusammenschnitte, wo ich überfährs nicht schieße, sonst irgendwas... Und dann weiterlaufen lassen. Das ist lustig. Na, wen? Hä? Hat einer den Turm geküsst. Was überlieg ich da? Na. So wirklich ist hier aber auch nix. Komm raus. Wie die Aasgei. Drei Panzer und Sandro stehen vor dem so einer Tür. Warten nur, dass er mich vor die Tür setzt. Na. So. Next Ziel. Hessereich. So. Äh. Was ist das denn? Hinter uns wurde und weggenommen. Aber das ist zu weit. Gehen wir hier rüber einfach. Zack. Aufsda. Die schrotigen Panzer hier. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass alle anderen auch rum. Und es fahren relativ viele Panzer in die Richtung. Ist doch gut. Ich finde es hammer lustig. Wir haben alle den Truppbefehl bekommen. Helm der Truppbefehl. Fehler. Fehler zweifel. Aber demnächst ist es ja bald wieder soweit. Genau. Für alle Gierigen, die schon wachten. Also nach Karneval fangen wir an mit der Organisiererei. Na dann guck ich mal einen Termin. Ne. So uns Termin aus. Wollen wir mal wieder ein Massenzocken machen. Endlich. Das hoffentlich in Massenzocken wird. Diesmal auch wirklich in Massenzocken. Nicht letztes Mal. Ja genau. Aber das heißt... Hunderte brauchen wir. Hunderte. Ja ich bin zufrieden, wenn der Karneval mal ist. Aber diesmal gibt es keine Gnade. Es wird einmal verwarnt und dann wird gemutet. Und zwar wird nicht mehr entsperrt. Einmal gemutet. Immer gemutet. Genau. Das machen wir nicht wieder mit. Irgendwann diesen Leben, den ich nochmal loswerde. Hast gesehen? In einer Bewegung so eben. Zack. Okay. Noch beim Reden mit einer Hand. Ich wollte mich grad beschweren. Wo ist... Was hast du mit deiner Waffe gemacht auf deinem Panzer? Ist ja gar nicht dein Panzer. Ist ja gar nicht dein Panzer. Ist ja gar nicht dein Panzer. Hast ihn denn nur geklaut. Den hab ich gefunden. Gefunden. Der Stand da. Und der Hand regert sich. Also original. Ich bin die Treppe runtergegangen. Der Stand da. Der herrenlose Panzer. Und der steht mit E einsteigen. Okay. Jo. Ne. Steigst du mal ein. Dann sitze ich doch tatsächlich am Fahrerpult. Hehehe. 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 Is ja just you but아요. das guess die anderen zu eins qualities сказ professors. Ja komm ich schíaß auch mal zum uns. crushed. Aufsache ihr geht danach alle wieder zu meinem Ö.. was denn da hell ist ein Millionen Z-Punkte Sonderabgeknall Einrichtung gehört uns Hurgurgurg Ich will immer Wir folgen Weg Aus den Füßen Das geht's Das ist das Ziel Hast du schon? Ja sicher Schon längst auch Akustisch bekannt gegeben Hmmmm Er rammt mich immer Hab ich schon wieder gerammt, jetzt hör mal auf Jetzt hör mal auf Ich hab nur kurz an dir vorbeigefahren Das ist doch kein Ramm Ramm ist Ramm Beschießt ist beschießen Zandra Feindlichen Zandra gesichnet Sichtkontakt zu feindlichem Zandra